Hallo! Hey, willkommen zurück zur Open Game Night und wir spielen immer noch Outlast. Ja. Was ist unser Ziel? Wir müssen... Suche Vater Martin. Alles klar, geht's hier durch, natürlich geht's hier durch. Nein, und f*** dich! Lass mich in Frieden! Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Den haben wir draußen auch schon gesehen. Ja, aber er tut uns nichts. Nein, ist so richtig. Also, noch nicht zumindest. Und... Na ja. Was zum... Okay. Nicht. Danke. Da ist ein Leiter. Aber ich wollte noch... Ja, ich sag's bloß. Oh, Gott sei Dank. Battery, love of my life. Da steht links was an der Wand. Na, rechts. Neben der Lampe, links oben. Da stand doch... Nee, das war der Schatten. Entschuldigung. Oh, nein, 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 nein. Ich habe auch ein ganz blödes Gefühl gerade. Okay. Nein, das war der Schatten runter. Nein. Ah, das ist hier. Da ist doch... Ich schaff's mal runter. Hat der gerade Pfiffen oder waschest du? Das war ich. So, ich dachte... Gut. Bleib da. Bleib da. Na ja, so geht's auch. Aua. Mal wenigstens hier geht's durch. Da ist nichts. Gut. Rechts. Rechts ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Boah, jetzt hab da... Da sitzt wieder einer am Boden und bewegt sich. Ähm. Ja, super. Hier ist wieder nichts. Ah, okay, 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 deal. Kamera. Wieso ist hier so finster? La la la. Ka... Kamer... Ja. Und einmal drumrum. Wir wechseln Batterien aus. Ja, da musst du rüber. Ah, sehr gut. Schau mal erst noch. Da oben. Ich glaub, hier ist nix mehr. Nee. Nee, okay. Dann eben. Runde... Witte. Okay. Na, sind wir hier? Und hier ist es so finster, dass ich... Achso, ich hab immer noch keine Batterie gewechselt, oder wie? Ah. Dacht mir schon. Wie ist denn das? Es ist auf einmal so finster. Da können wir durch. Und ich schätze mal, dann ist die Tür... Lebst du? Nein. Auch zu. Okay. Alles klar. Und... Komm. Komm. Ruhe mit dir. Hoppale. Was? Ach du. Ja, ich weiß, dass ich raus muss, aber... Kann man da rein? Auch nicht Ja, ja Dann nimmt er in den Mund Weiß ich nicht Ist das jetzt so eine Shutter Island Story Ich hab den Film noch nie gesehen Echt, oder? Ja Da haben wir dir gerade einen Plot verraten Nee, hast du nicht Beziehungsweise ich hab ihn nicht checked Hoffe ich doch Zwischenladen Warum auch nicht Herr Playstation 4 Zwischenladen Na, da sind wir reingekommen, glaube ich Echt? Nee Nee, stimmt Aber ich muss noch kurz Dahinter gucken Da bist du mal reingekommen Stimmt Ja, aber das ist eine Batterie Pinkelst du? Nee Pinkelst du einfach mal in so eine dunkle Ecke Und dann kommt so ein Typ Und filmt einfach Schau mal hoch Kommst du da noch? Nee Und filmt dich einfach beim Pinkeln Geht so richtig schön da ran So Du pinkelst da gar nicht Ja, dann machen wir da doch Ja, speichert also Sind wir schon mal richtig Oh oh Super, ich bin da Da ist er Dann auf Hoch, hab ich gesagt Nicht zur Seite Das ging jetzt schnell Flink wie ein Wiesel Grad ziel wie eine Gazelle Wir hoffen, es ist die richtige Seite Mach die Batterie später Ja Ich glaube mit dem Fettzeug Da werden wir noch lang zu tun haben Ich glaube ja Wobei das Spiel nicht so lang ist eigentlich So, jetzt hängen wir fest Wie tief geht's da unten Das machen wir nicht Okay, warte mal So Da, ne Warte kurz, komm, kurz mal stehen Wie schaffst du das eigentlich jedes Mal? Was denn? So runter zu springen Das ist fast verrückt Wow Das sind Skills Das zeige ich dir gleich Das kann nicht jeder Schon mal da rein? Das tut die ganzen Batterien Aber da ist Nur weg Okay Öh, da geht nicht lang? Mhm Aber wahrscheinlich muss ich da lang? Ja Natürlich muss ich da lang Nein Ach komm Diese scheiß Tasten Geben auf den Sack Ja, das Problem ist Wenn du immer Verschiedene Spiele spielst Und die Tasten Und die Tasten sind dann immer anders Und dann gewöhnst du dich da dran Ja Kenn ich Und dann Fick dich No Okay, Idee Einmal im Kreis laufen Und dann zurück Das ist schon wie das Herz, oder? Ja, das ist schneller So eine Dirne Du kleine Dirne Mann, 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 Mann Okay Nein Das heißt, ich muss hier Und dich dann irgendwie verstecken, oder so Oh, scheiße Das ist knapp In der Frauenstation sind wir jetzt Alter Alter Mann, 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 Mann Oh Weh Natürlich ist da wieder Wirklich Blut im Wasser Blut im Wasser Ich kann es riechen Als hätte ich Wie in Kindertagen Einen Penny in den Mund gesteckt Das Wispern ergibt mehr Sinn Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen Es ist wie ein Jucken Ja, okay Sagen wir auch die Leichen, bitte Sind das Frauen, oder? Nee Schaut nicht so aus Hm, hm Hm Batterie, Batterie Gibt's keine Batterie Natürlich nicht Okay Jetzt müssen wir da noch irgendwie in den Weg rein finden In die Frauenstation Und den haben wir gefunden Hüpf Hüpf Ah Frauenstation Willkommen Okay Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt Nichts, nichts, nichts Ja, hab ich Ja, hab ich Du bist begonnen, zu verstehen Aber nicht Das war der Paul Und das war der Mo Und bis zum nächsten Mal Mach's gut Ferti See ya's Babidi 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 boo Das bleibt mir wahnsinnig Ich hasse es Ja, ich hatte das Ja, ich habe mich Ich habe mich Ich habe mich